Wie ihr in dem Fall weiß, ich kann die Finger etwas schneller halten. Mach das dann einmal neu und einfach rauszustellen. Und dann kannst du da gegen die Waffe anfangen. So, bleibt jetzt an der Wand bleiben. Wenn der da schon mal tickt, dann müssen wir hier. So. Genau. Das ist dann natürlich. Wieder hier zu, dann kannst du wieder zu, dann kannst du wieder direkt. Wegsteller hier und vorne wenden. Genau. Wenn du den nach vorne, dann kannst du auch nicht vor rechts. Bis rechts gehen. Genau. Noch einmal. Gut. Genau. 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 ин pier Hahaha. gold Das Passage fängt leicht an etwas zu drehen an. Leicht ist es ja theoretisch. So. Ganz freie Liegestellung. Fängt mit Passagen an. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Und wir können es nicht allein. Wir brauchen noch eine Runde. So. Wir brauchen noch etwas von da. Wir legen noch dazu. Kraft noch einmal. Kraft noch einmal. Und dann lass uns das mal machen. Wir brauchen noch einmal. Wir brauchen noch einmal. Wir brauchen noch einmal. Wir brauchen noch einmal. Passagen. Ein bisschen kürzer. Ein bisschen kürzer. Ein bisschen kürzer. Mehr Literatur auf die Erinnerung. Macht nichts. Das bleibt Ihnen an der Mitte. Wir haben das vor. Wir werden schon dann noch verschieben. Noch noch Passagen. So. Wir müssen gleich davon hinnehmen. Wir werden wieder einmal rein. Anfang. Gut. Gut. Sehr gut. Jetzt kann ich spielen. Vorsichtig. Vorsichtig. So. Beim Ligen der Fälle. startup leben ab das Wird nicht mehr aussenf Nicht mehr aussen Nicht mehr aussen Nicht mehr was Nicht mehr juster Das ist ein Moment, der würde dann wieder besser, dann wollte er vorher ausdrehen, dann entlassen wir ihn. Nochmal. Passagen. So. Jetzt musst du zugleich verkehrst, die dann den Scheppstern zu biatieren. Lassen Sie uns rein und den Scheppstern zu drehen. Vorsichtig. Wir haben ein Problem. Der wird wirklich nicht darüber gehen. Der wird nicht mehr vorwärts. Der wird nicht mehr vorwärts. Der wird immer besser als weniger. Und jetzt raus, zurück. Immer mal genau, dass es ist. Raus und aufhören. Das ist gut. Da muss man ... Es ist ganz schön. Nicht, dass der Schepp einstreckendes Schiff hat, sondern er hätte er für seinen Weiß. Anstatt nicht so wirklich zu krampfen, den wir erinnern, schöner zu stehen. Das sollte das mehr, weil wir auch immer. Und das ist wahrscheinlich dieser Rennen und das Ende gehen immer besser. Und nicht umgekehrt. Rewaert. Bitte ganz tolle Sachen. Alle Vergleiter, unsere Pferde waren sehr zufrieden. Auch unsere Pferde haben den Entstand, den Kampf. Es war wirklich schön. Wir haben ja immer nur einiges anreißen können. Und was wir ganz praktisch machen können, ich danke Ihnen sehr, wenn ich noch fragen könnte, wenn ich noch ein bisschen überschritten könnte. Aber ich komme jetzt gerne noch mal, wenn Sie denken, und ich wünsche Ihnen eine Erkenntnis von einem Tag haben, Es war Ihnen. Und ich könnte das selber kommen. Danke, Jungs. Danke, Jungs. Danke. Herzlich willkommen, ganz herzlich, meine Damen und Herren, wo Beatus steht, ja, ein Wagner-Friederreich. Bevor wir jetzt mal praktisch aufrechnen, weil Sie wissen ja, das hasse ich, weil die Verabschiedung sollte dann auch noch drin sein, möchte ich Ihnen nochmal einmal bei Herrn Wagner und bei der Degulia und bei der ganzen Kaffee, die wir dann, dass Sie hier zum Gast sein dürfen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Wagner. Ja, danke, vielen Dank. Das wird sich verwirklicht durch. Wir haben alle Gäste hier zu Hause, ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß dabei, in Bayern München 1-0 zurzeit, für die armen Herren, die heute Abend hier sein mussten. Und denken Sie daran, es ist doch toll, wenn wir da draufsetzen, die Pferde werden nicht schlechter, wir sind nicht gut genug. Schönen Abend, bis bald, viel Spaß. Danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Kenscultural. Vielen Dank.